Ja, zunächst einmal ganz kurz, ich habe erfahren, dass wenn man dem Vortrag beim Stream zuschaut, dass man dann leider meine Folien nicht sehen kann. Ich habe meine Folien aber bei GitHub hochgeladen, sodass man sich das herunterladen kann, zumindest, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, es sind eigentlich keine Folien, es ist ein Jupyter Notebook. Das ist so eine Art Notizbuch, in das man Texte hineinschreiben kann und in das man auch Programmiercode hineinschreiben kann und dann kann man diesen Programmiercode in diesem Jupyter Notebook auch direkt ausführen. Es gibt also so ein paar Notizen und ein paar Bilder und die sind einfach in diesem Jupyter Notebook drin. Ich nehme an, falls jemand Visual Studio Code, also diese Open Source Version von Visual Studio verwendet, da gibt es auch einen Editor, der Jupyter Notebooks lesen kann und anzeigen kann. Also von daher hoffe ich, dass man an die Notizen auch so drankommt. Der Link, ich weiß nicht, ob da irgendjemand mir helfen kann, diesen Link kurz zu veröffentlichen oder auf Twitter zu schicken oder so etwas, der steht hier da, das ist github.com-lk-reichel-f-iga-2022. Genau, vielleicht kann das ja irgendjemand für mich kurz übernehmen, das zu veröffentlichen, damit man an die Daten drankommt oder ihr könnt euch auch gerne ein Foto machen oder so etwas. Nur die Leute im Netz, die nur mich sehen und die Leinwand nicht sehen können, da wäre es natürlich toll, wenn man denen kurz den Link schicken könnte. Okay, gut, ja, ich fange einfach an, wo kommt das her, wie bin ich auf das Thema gekommen? Also ich unterrichte an der Berufsschule, Fachinformatiker und ich bringe denen Programmieren bei und Datenbanken und Linux und solche Sachen. Und jetzt gibt es einen neuen Lehrplan und jetzt ist das dritte Jahr, in dem dieser neue Lehrplan aktiv ist, der wird so von unten nach oben aufgebaut, also vor zwei Jahren haben das die zehnten Klassen bekommen, dann letztes Jahr die elften und dieses Jahr die zwölften Klassen. Und in den zwölften Klassen wird nach verschiedenen Fachrichtungen unterschieden, da haben wir da einmal die Anwendungsentwickler, die Software schreiben, wir haben Systemintegratoren, die irgendwelche Netzwerke aufbauen und konfigurieren. Und dann gibt es eben auch einen neuen Beruf, der heißt Daten- und Prozessanalyse, also Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse. Und da habe ich mir das angeschaut und gesehen, oh, da geht es um künstliche Intelligenz. Das ist was Neues, das finde ich immer spannend. Neue Dinge machen das Leben abwechslungsreich und deshalb habe ich mir das auch gleich mal angeschaut und wollte das machen. Und jetzt haben wir aber leider gar nicht so viele Schüler, die diesen Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse, die da ausgebildet werden. Es sind tatsächlich so wenige Schüler, dass alle Schüler in ganz Bayern an einer einzigen Berufsschule zusammengefasst werden, nämlich in Erlangen. Und da habe ich mir gedacht, schade, ich hätte ja gerne mal unterrichtet, wenn man so ein spannendes, interessantes Thema hat, dann möchte man natürlich da was drüber machen und dann mit den Schülern arbeiten und die ganze Vorbereitung, die hilft nichts, wenn man keine Schüler hat und von den Schülern lernt man natürlich auch. Und dann habe ich natürlich mal die Betriebe gefragt und habe gesagt, wie schaut es denn aus, würdet ihr denn solche Fachinformatiker, die künstliche Intelligenz lernen, würdet ihr die denn ausbilden? Und dann haben mir die Ausbilder gesagt, ja, das würden wir schon machen, aber wir haben niemanden, der die ausbilden kann, weil wir haben niemanden, der sich mit dem Thema auseinandersetzt bei uns in der Firma, der das noch kennt. Und dann habe ich mir gesagt, eigentlich darf das nicht sein, denn es ist gar nicht so schwierig. Und das ist mein Talk heute, meine Frage, vielleicht auch an euch, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der in dem Thema schon ein bisschen länger drin ist, nämlich, ist das nicht eigentlich trivial, was wir da machen? Zumindest Anwendungen, die man häufig im Alltag braucht. Da komme ich dann noch dazu, was das sein kann. Gut, erstmal so ein kleiner Primer für die Leute, die mit maschinellem Lernen und neuronalen Netzen, die da noch nicht so zu Hause sind, mache ich eine kurze Einführung. Es gibt so eine Art Hello World für die Leute, die sich so mit maschinellem Lernen auseinandersetzen. Und das ist eine Datenbank, MNIST, das ist irgendwas Amerikanisches, da haben die einfach Ziffern gesammelt und wollten gerne, dass ein Computer diese Ziffern erkennen kann, damit man zum Beispiel Postkarten und Briefe, wo ein ZIP-Code drauf ist, also eine Postleitzahl, dass man diese Postleitzahl maschinell lesen und erkennen kann. Und das Schöne ist, man hat also hier viele tausend solcher Ziffern und die Ziffern sind alle gelabelt. Das heißt, zu jedem Bild ist bekannt, welche Ziffer das eigentlich sein soll. Man hat nicht nur die Bilder, sondern zu jedem Bild weiß man auch, das ist eine Eins oder eine Fünf oder eine Sieben oder was auch immer. Und dieser Datensatz ist frei und an diesem Datensatz kann man einfach schnell mal was ausprobieren oder was lernen oder so Sachen, die so mit optischer Erkennung zu tun haben. Die kann man da einfach mal damit herumspielen und gucken, ob man das einigermaßen gelöst bekommt. Und wenn man jetzt so ein klassischer Programmierer ist und kriegt die Aufgabe, pass mal auf, wir haben da lauter Bilder und bei diesen Bildern, die sind jetzt 28 mal 28 Pixel, Grauwert, hell oder dunkel, und erkenne du mal, was das für eine Zahl ist, dann würde ich als klassischer Programmierer sagen, oh, das ist eine ganz schön schwierige Aufgabe, ich müsste mir irgendwie überlegen, was macht so eine Zahl aus, das ist irgendwelche Vektoren, da wir versuchen zu erkennen und dann Formen und Knicke und solche Sachen und dann zu entscheiden, ist das jetzt so eine Zahl oder nicht. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, oh, wenn ich das tatsächlich selber programmieren müsste, klassisch, da hätte ich viel zu tun und lang zu tun, das wäre richtig viel Arbeit, aber ich möchte euch gerne zeigen, wie man das mit Hilfe von so einem neuronalen Netz machen kann. Okay, das sind die Bilder. Genau, und jetzt erstmal noch zur Einführung so ein bisschen den Unterschied zwischen dem klassischen Programmieren und solchen neuronalen Netzen. Also beim klassischen Programmieren, da überlege ich mir, ich habe bestimmte Daten, eben zum Beispiel diese Bilder, und ich muss dann selber Regeln aufstellen, und diese Regeln, die, ich kann eigentlich die Maske abnehmen, das ist, glaube ich, das Privileg von, hört ihr mich noch? Okay, das ist das Privileg vom Vortragenden, ohne Maske zu sprechen. Also wenn ich als klassischer Programmierer da rangehe, dann haben wir die Daten, eben diese Bilder, und ich muss selber die Regeln aufstellen, nachdem die Bilder bewertet werden, und dann soll eben aus dem Bild auf einmal eine Zahl werden. Und wenn man in diesen maschinellen Lernansatz geht, dann arbeitet man ein bisschen anders, dann haben wir unsere Daten, und wir wissen auch schon, was rauskommt. Wir sagen ja zu jedem Bild, ach, pass auf, ich zeige dir mal das Bild, das ist eine 2, ich zeige dir dieses Bild, das ist eine 7, und dann geht mein System her und lernt aus diesen Daten und den Ergebnissen dazu die Regeln. Die Regeln werden also nicht ausgedacht, sondern die werden generiert. Das macht die Sache eigentlich so spannend und auch so effektiv oder so angenehm damit zu arbeiten, das macht es eben sehr viel einfacher, als wenn man sich selber die Regeln überlegen muss. Okay, so. Jetzt kennen wir alle diesen Begriff neuronales Netz. Und ich habe hier so Neuronen mal aufgemalt, und eigentlich würde ich jetzt am liebsten, vielleicht kann ich da, oh, wenn ich runtersteige, haben wir auch Dings, akustische Rückkopplung vermutlich. Besser nicht. Vielleicht kann ich den Mauszeiger wenigstens zeigen. Der ist nicht so richtig dick. Na gut. Also, wir haben so ein Neuron, und so ein Neuron hat irgendwie viele Eingänge und einen Ausgang. Und so ähnlich ist das mit unseren neuronalen Netzen, die wir in so einem Computerprogramm haben, auch, so ein neuronales Netz hat einfach viele Eingänge, die sind hier beschrieben als X1, X2, X3, und in diesen X1, X2, X3 sind irgendwelche Zahlen drin, irgendwelche Werte, die sind am Anfang zufällig belegt, oder wenn wir ein Bild haben, dann werden wir diese einzelnen Pixel, die wir da haben, einfach in diese X1, X2, X3 eintragen, die Helligkeitswerte, und dann werden diese Zahlenwerte multipliziert mit einem Gewicht, und das Ergebnis von dieser Multiplikation, das kommt dann in ein neues Neuron hinein, das ist dann sozusagen das Ergebnis von dieser Rechnung, und diesen Wert, den kann man dann weitergeben an die nächste Schicht. Und da gibt es wieder viele Eingänge, die multipliziert werden mit dem Gewicht und in die nächste neuronale Schicht reingehen, und so weiter und so fort. Und eigentlich ist es eine einfache Rechenaufgabe, die wir da haben, am Anfang haben wir die Pixel von dem Bild, multiplizieren jeden Pixel mit einem gewissen Gewicht und geben das Ergebnis an das nächste Neuron weiter. Und so geht das von Schicht zu Schicht. Und dann sagt das neuronale Netz am Anfang, ach, das, was hier so aussieht wie eine 2, da rät es einfach mal und sagt, das ist eine 7, und dann sagt man dem neuronalen Netz, oh, da hast du dich getäuscht, und weil du dich getäuscht hast, so müssen wir die Gewichte alle ein bisschen anpassen, dass das Ergebnis mehr nach einer 7 aussieht, als nach einer 2. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Ich habe hier noch so ein Video. Jetzt hoffe ich, der Ton ist abgeschaltet, das ist schon mal gut. Also man kann auch, ich habe hier so ein Video verlinkt von YouTube, und da kann man das ganz gut sehen. Also ihr seht hier erst einmal, ups, das machen wir noch weg. Steuerung minus. Wieso kriege ich das? Ah, da kriege ich das weg. Okay. Gehe fort. Also hier seht ihr nochmal diese 28 mal 28 Punkte. Und jeder von diesen Punkten hat so einen Zahlenwert. Könnt ihr euch vorstellen, ein dunkler Punkt hat eine 0, ein weißer Punkt hat eine 255, oder eine 1, je nachdem. und die Werte dazwischen, was weiß ich, 0,5 oder 128 ist dann halt so ein mittleres Grau. Also wir haben einfach diese Punkte von dieser Zahl, die man da sieht, diese 9. Und jetzt passiert etwas, was für mich jedenfalls, als ich da eingestiegen bin, in dieses Thema sehr überraschend war, nämlich, da seht ihr nochmal hier diese Zahlenwerte für die Helligkeit. Und wenn wir jetzt diese Pixel, wenn wir die jetzt übertragen wollen in ein neuronales Netz, dann, jetzt kommt es gleich, hoffe ich, schwuppdiwupp, dann spielt die räumliche Anordnung überhaupt keine Rolle. Wir packen einfach diese 784 Pixel an eine einzige lange Kette und es spielt überhaupt keine Rolle, welcher Pixel mit welchem benachbart ist, sondern wir füttern einfach bloß diese 784 Pixel in unser Netz hinein. Vollkommen, ob der jetzt links oben ist oder rechts unten oder in der Mitte, spielt überhaupt keine Rolle. Und könnten die auch mischen. Das macht keinen Unterschied. Okay, und jetzt seht ihr hier auf diesem Bild, ich versuche nochmal ein bisschen rein zu zoomen, dass ihr ein bisschen mehr seht davon, seht ihr auf diesem Bild, dass diese 784 Pixel, wo wir diese Helligkeitswerte am Anfang haben, die gehen dann in eine zweite Schicht rein, da haben wir ich glaube 16 Neuronen und noch eine dritte Schicht, da haben wir nochmal 16 Neuronen und in der letzten Schicht haben wir nur noch 10 Neuronen. und denkt immer dran, da vorne in diese ersten Neuronen, da tragen wir den Helligkeitswert ein und dann von einem Neuron zum nächsten, da ist immer so ein Gewicht dran und dann multiplizieren wir einfach die Helligkeit von dem Pixel mit einem bestimmten Gewicht und es geht in diese nächste Schicht rein und dann haben wir da auf einmal 16 verschiedene Zahlenwerte und die gehen dann wieder in die nächste Schicht, wieder mit dem Gewicht, haben wir wieder 16 verschiedene Zahlenwerte und am Schluss haben wir nur noch 10 verschiedene Zahlenwerte und in diese 10 verschiedenen Zahlenwerte, die stehen dann für die Ziffern von 0 bis 9. Und wenn man das jetzt irgend so ein Pixelpaket da hineinschickt, dann kommt am Ende in dieser letzten Schicht kommen einfach Wahrscheinlichkeiten heraus. Wir sagen einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Ziffer eine 9 ist, die ist vielleicht 83% und die Wahrscheinlichkeit, dass das eine 7 ist, die ist dann vielleicht noch 5% und dass das eine 2 ist, die ist dann vielleicht noch 3% oder so etwas und dann sucht man sich einfach das Neuron raus, was die höchste Wahrscheinlichkeit hat und sagt, okay, dann ist das vermutlich eine 9, weil da die größte Wahrscheinlichkeit ist an der Stelle. Man kann immer so abschätzen, man kann auch so ein bisschen so eine Qualität feststellen, wie sicher ist das. Das Video ist noch nicht ganz fertig. Wir sehen hier, es sind alle mit allen verbunden. Okay, und damit das überhaupt mal loslegen kann, dieses neuronale Netz, werden die Gewichte, die auf diesen Verbindungslinien sind, zufällig gewählt, zwischen 0 und 1 und dann merken wir, das neuronale Netz rät falsch und dann tun wir die Gewichte entsprechend anpassen. Schauen wir mal, was hier noch kommt, wenn ich es weiterlaufen lasse. Hallo, genau, jetzt sind wir alle verbunden. Da haben wir die Zahlen von 0 bis 9 und ich glaube, das war es schon. Mehr wollte ich euch da gar nicht zeigen. Okay. Ist ein recht gutes Video. Auf Englisch kann ich euch eigentlich nur empfehlen. So. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man das Ganze programmtechnisch macht und jetzt habe ich nicht aufgepasst mit der Uhrzeit. Okay, nicht so schlimm. Und das Schöne ist, jetzt kann ich in meinem Jupyter Notebook hier einfach so Zählen drin haben, da ist Python Code drin und wenn ich hier Shift Return drücke, dann wird dieser Python Code ausgeführt. Ich kriege noch eine kleine Warnung, dass ich hier keine so tolle Grafikkarte habe, aber wenn ich das ein zweites Mal mache, dann stört ihn das auch nicht mehr. Okay, und was ich das Erste, was wir hier machen müssen, wenn wir solche Zahlen auswerten wollen, wir brauchen natürlich diese Bilder und da gibt es in Python wunderbare Bibliotheken, mit denen man irgendwelche Bilder einlesen kann und dann kriegt man die eben als Arrays von Pixeln mit Farbwert oder einfach bloß Helligkeitswert oder so etwas. Und interessanterweise ist in der Bibliothek, die ich hier verwende, in TensorFlow, da ist sogar diese MNES-Datenbank direkt drinnen. Also ich kann nicht gleich sagen, ich möchte die MNES-Datenbank haben, dann muss ich mir die nicht mal irgendwo herunterladen. Aber es ist genauso gut möglich, es gibt wunderbare Bibliotheken, mit denen man zum Beispiel Excel-Tabellen auslesen kann oder in denen man sich an eine Datenbank dranhängen kann, um an irgendwelche Daten zu kommen und Messwerte zu sammeln für sein Netz. Ich mache das mal kurz, ich lade hier die Daten herunter, schon passiert, wahrscheinlich herunter, die in diesem Keras-Dataset-MNIST drin sind und ihr seht, so als wenn man so Python-Programmierung gewohnt ist, dann merkt man, oh okay, in so einem Python kann man mehrere Variablen gleichzeitig füttern mit so einem Runterladevorgang und die Variablen, die wir hier haben, werden aufgeteilt in Trainingsdaten. Trainingsdaten sind einmal die Bilder natürlich und zum anderen die zugehörigen Ziffern, damit man sagen kann, ich habe hier ein Bild und dieses Bild, das soll für dich eine 3 sein oder ein anderes Bild, das ist für dich eine 7. Und man nimmt aber nicht alle Daten, die man hat zum Trainieren, sondern man packt auch einen Teil der Daten zum Testen und was man nicht möchte, ist, dass man mit denselben Daten trainiert und testet, das ist so ähnlich, wie wenn man irgendwo, nehmen wir an, wir würden Mathe unterrichten und im Mathematikunterricht hätten wir immer die gleiche Aufgabe, 2 und 3 ist 5, 4 und 7 ist 11 und dann in der Schulaufgabe wird auch genau das gleiche gefragt, was ist 4 und 7 und was ist 2 und 3 und dann muss man das nur auswendig lernen. Deshalb trennt man die Daten in Trainingsdaten, mit denen wir das neuronale Netz schulen und in Testdaten, in denen wir dann überprüfen, erkennt es denn andere Ziffern auch und zu welchem Anteil, wie viel Prozent der Ziffern werden richtig erkannt. Und wenn man zu viel trainiert, dann tendiert auch so ein neuronales Netz dazu, solche Sachen auswendig zu lernen und das ist natürlich Quatsch, wir wollen nicht was auswendig gelernt ist, sondern wir wollen was allgemein und generell funktioniert. Deshalb, wenn die zu viel trainiert werden, dann werden die schlechter, wenn man es dann testet. Gut, also ich hoffe mal, dass das hier geklappt hat, weil da hatte ich früher immer eine schöne Meldung, wenn ich das ablaufen lassen, aber scheint zu klappen. Okay. So, jetzt müssen wir die Daten noch ein bisschen umbauen von den Arrays her. Das ist auch nur eine Hilfsfunktion, die jetzt aus meinem, dieses Array, das wir da bekommen haben, so umbauen, dass wir halt immer Pakete haben mit 28 mal 28 Pixeln für jedes Bild. Und jetzt können wir uns das auch anschauen, dieser Code hier dient nur zum Veranschaulichen von den Daten, die wir hier geladen haben und jetzt seht ihr hier, okay, das erste Bild links oben, das ist eine 9 und das Label dazu ist auch eine 9 und eine 3 und noch eine 3 und noch eine 3 und eine 4 und eine 6 und eine 8 und eine 9. Also ihr seht hier immer das Bild und das zugehörige Label, das steht oben drüber. Das sind meine Daten, mit denen ich trainiere. Gut. Ja, jetzt kommt das neuronale Netz, ich importiere hier mir wieder ein paar Sachen aus einer Bibliothek, aus dieser TensorFlow-Bibliothek und dann wird das Modell aufgebaut, kommt nochmal so eine Meldung, dass ich hier keine so schicke Grafikkarte habe, ist nicht so schlimm, aber der Aufbau von dem Modell ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ihr seht, ich sage erstmal, ich möchte so ein Modell sequenziell aufbauen, also eins nach dem anderen und dann füge ich hier, könnt ihr das einigermaßen lesen, den Code, dann füge ich hier einfach eine, so eine neuronale Schicht dazu und ich sage, bei der ersten Schicht, pass mal auf, diese erste Schicht, die hat hier 784 Eingänge, das sind meine Helligkeitswerte von den Pixeln und die hat 16 Ausgänge, die 16 habe ich einfach deshalb gewählt, weil die ein Video auch 16 haben und dann gibt es noch sowas, das nennt sich Aktivierungsfunktion, da muss man auch nicht viel drüber wissen über die Aktivierungsfunktionen, diese Relu-Aktivierungsfunktion ist zum Beispiel sehr, sehr einfach, die sagt einfach bloß, das Ergebnis von negativen Zahlen ist 0 und bei positiven Zahlen ist es die Zahl selber, also Relu von 5 ist 5 und Relu von minus 3 ist 0. Diese Aktivierungsfunktionen, die werden immer noch, nachdem wir das ausgerechnet haben mit diesen Gewichten, da werden diese Aktivierungsfunktionen immer noch dahinter gerechnet. Man muss sich gar nicht so viel damit auseinandersetzen, dann probiert einfach mal das, was so gängig ist und kommt damit schon relativ weit. Gut, dann haben wir hier unsere Schichten und am Schluss möchte ich noch so eine Aktivierungsfunktion haben, die heißt Softmax und diese Softmax-Funktion, die macht dann am Schluss als Ergebnis diese Wahrscheinlichkeiten. Die sorgt also dafür, dass die Summe von den Werten in der letzten neuronalen Schicht, dass die Summe der Werte 1 ist, sodass das mit der größten Wahrscheinlichkeit von mir aus ist das dann 0,8 und das mit der kleineren Wahrscheinlichkeit dann 0,1 oder 0,05 oder so etwas. Dass die Summe von diesen Ergebnissen in der letzten Schicht einfach nur 1 ist. So, dann sage ich meinem Modell noch kurz, pass auf, ich benutze hier irgendeinen Optimizer, Adam benutze ich deshalb, weil alle Adam benutzen, muss ich zugeben und diese Loss-Funktion, die ist noch wichtig insofern, als dass wir immer einen Loss berechnen, das heißt, wenn man jetzt dem neuronalen Netz etwas zum Trainieren gibt, dann sagt die Loss-Funktion, wie gut oder wie weit hast du daneben geschossen. Ist es ein gutes Ergebnis oder ein schlechtes Ergebnis, zum Beispiel, wenn wir Mietpreise vorhersagen wollten in der Stadt Bamberg, könnten wir auch ein neuronales Netz trainieren, sagen dem neuronalen Netz, ach, wie weit bist du weg vom Bahnhof, wie weit bist du weg vom Maxplatz, wie weit bist du weg von der Uni, wie viel Quadratmeter hast du, wie viel Bäder hast du, wie alt ist das Gebäude und dann könnten wir zum Beispiel dieses neuronale Netz dahingehend trainieren, dass es einen Mietpreis bestimmt. Geben einfach die Mieten ein, die in der Stadt da sind, so eine Art Mietspiegel und dann könnten wir, wenn wir eine neue Wohnung haben und bewerten wollen, dann könnten wir diese Daten in so ein neuronales Netz hineinfüttern und dann hätten wir nur ein Ausgabe Neuron, was uns einen Preis geben würde und die Loss-Funktion, die könnte dann zum Beispiel beschreiben, einfach den Unterschied zwischen der tatsächlichen Miete und der Miete, die das System vorhergesagt hat. Und je größer der Loss, das heißt also, desto mehr liegt mein neuronales Netz daneben und je kleiner der Loss, umso besser habe ich getroffen. Mieten kann man vielleicht auch nicht immer perfekt treffen. Okay, dafür brauchen wir es. Und ich habe hier eine Loss-Funktion, die einfach bloß sagt, ach, wir möchten gerne, dass ich am liebsten einen Wert mit 100% und die anderen sind null. Das ist für mich das Optimum. und das Schlechteste, was es sein könnte, wäre, dass ich 10 verschiedene Ziffern habe und jede Ziffer ist zu 10% Wahrscheinlichkeit die richtige Ziffer. Das wäre dann der größte Loss. Da kann man so ein bisschen rumgucken, gibt es einen Katalog von Loss-Funktionen, was die tun und wie die funktionieren, steht in der Bibliothek und dann setze ich die einfach ein. Gut. Wenn man will, kann man sich hier noch so einen Summary ausgeben lassen. und jetzt sehen wir bei der Summary, wie viele Parameter hat mein neuronales Netz und das ist einfach die Zahl der Gewichte. Und an der letzten Schicht hier seht ihr etwas, was vielleicht ganz interessant ist oder wo man relativ schnell drüber noch sprechen kann, nämlich die letzte Schicht, da kommen ja von dem Netz vorher 16 Neuronen und die sind verbunden mit den 10 Neuronen im Ausgang, das heißt, da habe ich eigentlich 10 mal 16 Parameter zum Einstellen und was steht da? 170. Da steht deshalb eine 170, weil jedes Neuron immer noch einen extra Eingang hat, einen Eingang, wo der Wert 1 anliegt und wo man auch ein Gewicht herstellen kann, weil nehmen wir mal an, wir haben so einen schwarzen Fleck in unserem neuronalen Netz, auf dem Bild, dann hat es eine Helligkeit Null und wenn ich eine Helligkeit Null habe und multipliziere diese Helligkeit Null, dann kann das Gewicht so groß sein, wie es will, es wird immer eine Null rauskommen, Null mal einem beliebigen Gewicht ist immer noch Null, deshalb hat jedes Neuron noch so einen extra Eingang, nennt man Bias und da ist eine Eins dran und dann kann man auch da das Gewicht noch verändern, deshalb kommt da 170 raus statt 160 Ok, insgesamt muss jetzt, wenn ich mein neuronales Netz trainiere, müssen hier ungefähr 13.000 Gewichte angepasst werden und am Anfang sind die Gewichte einfach mit Zufallszahlen belegt. So, jetzt fangen wir mal an, das zu trainieren und das trainieren geht nicht so wahnsinnig schnell, ihr seht da, ich habe dem gesagt, er soll hier einfach mal 15 Mal den kompletten Datensatz durchkauen und die Gewichte anpassen und das Ding rechnet und rechnet und rechnet und deshalb verwundert es auch nicht, in meinen Augen, dass Firmen wie zum Beispiel Intel zur Zeit die Werbetrommel für neuronale Netze und künstliche Intelligenz rühren, maschinelles Lernen, weil da gibt es einfach immer viel zu rechnen also wenn ich eine Grafikkarte hätte, dann wäre das Ding sicherlich schneller, jetzt läuft das einfach nur auf so um Ryzen 4000 irgendwas so haben wir hoffentlich gleich durch ist die Zeit 13 Uhr 8 ok 14 15 letzter Durchgang und schauen wir mal wenn man die noch ein bisschen kleiner macht ob man da mehr sieht ja da sieht man ein bisschen mehr also wenn Wenn er die Durchgänge macht, dann sehen wir hier noch einen Loss. Der fängt da an mit 0,39 und je besser das System gelernt hat, umso kleiner wird der Loss. Von oben nach unten wird es immer kleiner und dann haben wir noch einen Validierungsloss, wo überprüft wird mit den Testdaten, wie groß ist bei den Testdaten der Loss. Dann seht ihr, der Testdatenloss interessanterweise am Anfang sogar kleiner als der von dem Netz. Das ist Zufall. Auch der wird immer kleiner, aber typischerweise ist der Loss auf den Daten, mit denen wir trainieren, kleiner als der von den Testdaten. Wenn wir das jetzt länger trainieren lassen, dann wird auf einmal der Loss auf den Testdaten wieder größer, weil sich mein neuronales Netz so spezialisiert auf die paar Testzahlen, mit denen es geübt hat. Jetzt mache ich einfach Folgendes. Ich suche mir jetzt zufällig wieder Bilder raus aus diesem Testdatensatz, lasse das neuronale Netz diese Bilder bestimmen und zeige dann an, was das neuronale Netz hier gefunden hat. Und die einzige wichtige Zeile an der Stelle, wenn man sein neuronales Netz etwas bestimmen lassen möchte, das ist Model.predict. Und dann gebe ich ihm hier eine gut verdauliche Form von einem beliebigen Bild mit und dann gibt mir dieses Model.predict die zehn Werte zurück von der letzten Schicht und in den zehn Werten steht drin, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es eben eine Null, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es eine Eins, eine Zwei, eine Drei, eine Vier und dann sage ich hier noch mit diesem NP-Arcmax, lasse ich mir noch zurückgeben, an welcher Stelle ist der höchste Wert. Ich möchte einfach nur wissen, wo ist die größte Wahrscheinlichkeit und das ist dann gleichzeitig der Name von der Ziffer. Ja, probieren wir das mal kurz aus. Ups. Ja, der muss da kurz mal ein bisschen rechnen. Und wo ist es? Ist es da drin? Okay, und jetzt sehen wir hier, habe ich wieder hingeschrieben, was hat das neuronale Netz geraten zu den entsprechenden Ziffern und bei einer Stelle, seht ihr hier in der zweiten Reihe, das zweite Bild, da hat also das neuronale Netz geraten, es sei eine Null oder andersrum, soll und ist. Erst habe ich soll, also offiziell ist es eine Null und das neuronale Netz hat es für eine Acht gehalten. Und ich glaube, das ist nachvollziehbar bei dem einen Bild, ob man es eine Null oder eine Acht ist, da kann man drüber streiten. Wir können ja mal schauen, ob es da noch andere Bilder gibt. Da unten haben wir nochmal eins, wo das verschieden ist. Da wurde eine Eins für eine Acht gehalten. Okay, weil scheinbar eine Acht viele Pixel hat oder dick ist oder was auch immer. Also ihr seht, es ist nicht perfekt. Aber man kann nachvollziehen, warum eventuell das neuronale Netz hier an diesen beiden Stellen eben zu einem anderen Ergebnis kommt als das Label. Trefferquote ist aber gar nicht schlecht. Gut. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, rekapitulieren. Was habe ich eigentlich gemacht? Oder was müsstet ihr machen, wenn ihr das selber machen wollt? Wir laden uns die Daten. Wir bringen die Daten in eine bestimmte Form. Das ist alles nicht so schwierig. Heißt nur, dass ich irgendwelche Arrays in ein anderes Format bringe, dass ich aus einem eindimensionalen Array ein zweidimensionales Array mache oder irgend sowas. Dieses Daten in Form bringen. Dann haben wir die Daten grafisch dargestellt. Das müsste man ja gar nicht zwingend machen. Das ist einfach bloß, damit man weiß, was habe ich denn da für Bilder und damit man so eine Einschätzung finden kann, was könnte man damit anfangen oder wie sehen die aus, was kann ich damit tun. Dann bauen wir das Netz. Das habe ich ja einfach den Code nochmal kurz hineinkopiert. Wir sagen, sequenzieller Aufbau. Ich sage, ich möchte hier diese erste Schicht haben, die diese 784 Pixel nimmt. und die nächste Schicht hat 16 Neuronen, dann nochmal eine Schicht mit 16 Neuronen und dann nochmal eine Schicht mit 10 Neuronen. So. Und dann wird das Ganze irgendwie kompiliert, zusammengesetzt mit einem Optimizer und einer Loss-Funktion und dann bin ich fertig. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, warum brauche ich vier Schichten? Also Input-Schicht ist klar, Output-Schicht ist auch klar, aber zwei verborgene Schichten dazwischen. Und die andere Frage ist, warum haben diese verborgenen Schichten genau 16 Neuronen? und die Antwort ist, es gibt keinen festen Grund, der, soweit ich weiß, bekannt ist, sondern das sind Erfahrungswerte. Also verschiedene Leute haben einfach mal gesagt, wir probieren mal aus, drei neuronale Schichten zu machen. Wir machen es mal mit vier Schichten, wir machen es mal mit nur einer verdeckten Schicht. Und wir probieren mal aus, wenn wir dazwischen vielleicht erst mal 50 Neuronen haben und dann nur noch, fünf ist vielleicht zu wenig, aber 50 und dann vielleicht 17, keine Ahnung. Und das Einzige, was wirklich festgenagelt ist, ist die Zahl der Input-Neuronen. Die ist ja festgenagelt durch die Zahl der Pixel und die Zahl der Output-Neuronen, nämlich das ist die Zahl der verschiedenen Ergebnisse, die ich haben will. Für zehn Ziffern, zehn verschiedene Output-Neuronen. Und das dazwischen, das ist Erfahrungswissen. Ich kenne jedenfalls keine Veröffentlichung oder keine Beschreibung, wo irgendjemand, der sich mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt hat und neuronalen Netzen, wo der sagt, ja bei dem Problem kannst du einfach aufgrund von den und den Gründen sagen, hier sind 16 Neuronen die ideale Anzahl. Also dafür gibt es scheinbar nichts, was man irgendwo an einer Universität mit höherer Mathematik oder sonst wie lernen kann, um die Zahl, eine sinnvolle Zahl für die Neuronen dazwischen zu bestimmen. Nichts anderes als Erfahrungswissen. Okay, so. Dann haben wir das Netz noch trainieren lassen und am Schluss haben wir eben uns aus dem Netz ein Bild gegeben und gesagt, für welche Ziffer ist die höchste Wahrscheinlichkeit da und bitte sag mir diese Ziffer. Das war's. Wenn man sich das so anguckt, dann kann man tatsächlich sich mal an einem Abend hinsetzen, das so ein bisschen durchgehen und sich anschauen und auf einmal habe ich an einem Abend, wo ich ein bisschen Zeit hatte, einfach so ein Programm geschrieben, was Ziffern erkennen kann, was ich sonst sicherlich nicht in der Kürze der Zeit geschafft hätte, mit Vektoren und sich zu überlegen, wie und was und wo. Das macht es in meinen Augen so spannend und interessant. Okay, ich habe hier nochmal aufgeschrieben, welches Expertenwissen ist nötig. Die Zahl der Input-Neuronen haben wir gerade gesagt. Die Hidden Layer zwischen Input und Output sind Erfahrungssache. Die Zahl der Output-Neuronen ist die Zahl der Ergebnisse. Für die Aktivierungsfunktion gibt es so ein paar typische Beispiele, an denen man sich erstmal orientieren kann. Der Optimizer, da hängt ein bisschen Mathematik drin, wo man sagt, da müssen wir irgendwie in einem n-dimensionalen Raum eine Steigung berechnen und gucken, in welcher Richtung geht es am steilsten nach unten mit dem Loss. Das ist alles versteckt in der Bibliothek, da muss ich mich also auch nicht mitten auseinandersetzen. Ich muss also keine höhere Mathematik können, um mit neuronalen Netzen sinnvoll arbeiten zu können. Genau. Und das Einzige, was noch wichtig ist beim Trainieren, wenn wir zu viel trainieren, bekommen wir ein Overfitting und dann lernt dann ein Netz auf einmal die Ziffern auswendig. Das wollen wir nicht. Noch ein kleines, wie viel Zeit haben wir noch? 13.18 Uhr, dann habe ich noch zwei Minuten oder bis 30? Bis halb? Oh, da können wir vielleicht auch noch Fragen. Soll ich jetzt lieber schnell machen? Bis 40? Dann sind wir entspannt. Danke. Okay, ein anderes Beispiel, was ich euch zeigen möchte. Da geht es um einen Shrinkwrapper, also so Schrumpffolienmaschine. Bei dieser Schrumpffolienmaschine, da schiebt man irgendwas rein, von mir aus Getränkeflaschen, und dann werden diese Getränkenflaschen in so eine Schrumpffolie drumherum gemacht und die wird dann abgeschnitten und mit heißer Luft irgendwie zusammengedingt. Dann bekommt man diese Getränkepakete, die ihr kennt aus dem Discounter. So Plastikflaschen in so einer Tüte, in so einem Paket. Und so ein Shrinkwrapper, wenn der gut gemacht ist, dann verpackt der sehr viele Flaschen in einer Stunde. Der hat richtig gut zu tun. Der ist auch richtig teuer. Und man möchte bei so einem Shrinkwrapper natürlich nicht, dass der in der Produktion ausfällt. Auf einmal kann der die Folie nicht mehr schneiden, weil das Messer stumpf ist. Und dann steht alles und dann muss die ganze Produktion angehalten werden. Das ist sehr teuer. Und weil der Shrinkwrapper selber auch teuer ist, soll der am liebsten 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen. Also möchte man diese Messer auch nicht unbedingt mal so auf Vorrat tauschen, sondern man möchte die so selten tauschen wie möglich. Und deshalb hat der Hersteller von diesem Shrinkwrapper gesagt, ach, ich möchte gerne, dass wir ein System mit maschinellem lernen, dass wir das füttern mit Messwerten aus der Maschine. Und anhand von den Messwerten sollen wir bestimmen, wie alt ist das Messer. Muss ich das Messer, ist das Messer schon am Ende seiner Laufzeit, muss ich das Messer jetzt heute Abend tauschen, müssen wir die Produktion kurz mal anhalten, um das Messer zu tauschen, oder können wir das Messer einfach noch zwei Wochen lang weiter benutzen. Und die Daten, die man dazu bekommt, oh, die sind hier gerade, da ist das Bild kaputt, aber ich habe die Quelle. Schauen wir mal, ob wir da drankommen. Schrinkwrapper. Die Daten, Bild in einem neuen Tab öffnen, gucken wir mal hier, die sehen ungefähr so aus. Und das sind jetzt diese Kurven, die da ablaufen, während dieser Schrinkwrapper da so eine Folie schneidet. Das eine ist die Kraft, die das auf das Messer einwirkt. Das ist, glaube ich, diese graue Kurve. Und dann gibt es noch so Lagefehler. Also die Folie ist nicht genau am richtigen Ort, das Messer ist nicht genau am richtigen Ort, wo es sein soll. Das sind dann diese blaue und die rote Kurve. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, oh, lasst uns doch mal trainieren. Wir gucken einfach mal, wie so ein Messer immer älter wird und älter wird und schauen, wie sich dann diese Kurven verändern mit der Zeit. Aber wenn wir jetzt diese Kurven einfach nur in ein neuronales Netz hineinkippen, so wie unsere Pixel, dann kommt das neuronale Netz nicht so einfach zu einem richtigen Ergebnis. Es tut sich sehr schwer, das zu lernen. Und das Problem ist, dass wir diese Logdaten, das ist einfach bloß eine Reihe von Zahlen und wir müssen eigentlich diesem neuronalen Netz helfen. Wir können im neuronalen Netz schon mal damit helfen, dass wir sagen, okay, wir verschieben diese Kurve immer so, dass sie an einer bestimmten Stelle anfängt. Ihr seht zum Beispiel, da gibt es bei dieser Kurve mit der Kraft so einen Ausschlag nach unten, wo das graue Ding da so weit und diese Zacke nach unten ist. Wir könnten ja erstmal sagen, okay, wir verschieben diese ganze Kurve so, dass diese Zacke, die nach unten geht, dass die sozusagen beim Neuron mit der Nummer 0 oder 1, dass das der erste Wert ist, den ich in mein neuronales Netz füttere. Dann kann diese Kurve ja gestaucht sein oder gedehnt, es kann lang oder kurz sein, dann wäre es vielleicht sinnvoll, die Länge von dieser Kurve von einem Peak bis zum nächsten Peak, dass wir diese Länge in unser neuronales Netz einfügen, weil vielleicht arbeitet man in der Maschine mit einem stumpfen Messer einfach langsamer. Dann ist einmal die Zeit interessant, die wir da haben, von einer Spitze bis zur nächsten und dann sollten wir vielleicht diese Kurve auch selber normieren, dass die Zahl der Neuronen vom ersten Peak zum zweiten Peak immer dieselbe ist, damit immer dasselbe Neuron denselben Teil von der Kurve bekommt. Wir müssen also diese Daten irgendwo mit Hirnschmalz und mit klassischen Programmiertechniken so aufbereiten, dass das neuronale Netz die auch vernünftig lernen kann. Und ich habe schon mal mit so einem Data Scientist gesprochen, die sagen, häufig ist 80% der Arbeit das Sammeln und Aufbereiten der Daten und nur 20% der Arbeit ist überhaupt das neuronale Netz zu betreiben, zu füttern, zu einzustellen und zu optimieren. Also deshalb meine ich, die klassischen handwerklichen Programmierkenntnisse, die man so in klassischer Programmierung hat, die bleiben weiterhin wichtig. Wir können nicht einfach überall immer nur die Daten in so ein neuronales Netz hineinkippen und gucken, was rauskommt, sondern wir müssen das oft anpassen, dahingehend, dass man, dass das Netz auch gut lernen kann. Okay, gut. F11. Also mit anderen Worten, ich wiederhole meine These, die Nutzung von neuronalen Netzen für Programmierer ist eigentlich trivial und wir brauchen natürlich klassische Programmierkenntnisse, um die Daten aufzubereiten und es gibt so viele tolle Themen, die man mit so einem einfachen neuronalen Netz vielleicht bearbeiten und angucken könnte. Das eine war ja diese Predictive Maintenance bei der Maschine, aber ich denke jetzt zum Beispiel hier an die Firmen in der Umgebung, welche Kunden werden denn voraussichtlich die Rechnung bezahlen und welche nicht, könnte man ja Kundendaten und Probleme mit der Rechnungsstellung in ein neuronales Netz füttern und würde dann bei Kunden, bei denen die Gefahr groß ist, dass sie ihre Rechnung nicht bezahlen, einfach Vorkasse verlangen. Eine Möglichkeit. Kann man ethisch natürlich fragen, ist das sinnvoll oder nicht. Nee, aber ich meine, wir dürfen die andere Seite auch nicht außer Acht lassen, irgend so Handwerksbetriebe oder so etwas, wenn die Kunden ihre Rechnung nicht zahlen, dann kann die Firma am Ende ihre Mitarbeiter nicht bezahlen. Geht pleite. Also, ja, was ist richtig und was nicht? Ich glaube, wir brauchen vielleicht so etwas wie, es gibt Interessen auf beiden Seiten, beim Kunden wie beim Betrieb. Oder, nehmen wir an, eine Bäckerei, Bäckerei hat das Problem, wenn sie zu viel Brötchen backen, am nächsten Tag sind die Brötchen alt, dann will sie keiner mehr haben oder man kann sie nur zum Sonderpreis verkaufen. Was wäre denn, wenn wir jede Brötchensorte korrelieren mit dem Wetterbericht von morgen? Wir wissen, ah, morgen wird vermutlich die Sonne scheinen, dann werden viele Brezeln verkauft. Oder, morgen ist Regenwetter angesagt, dann brauchen wir viel Teegebäck, weil die Leute zu Hause sitzen und Tee trinken. Man könnte ja mit der Zeit lernen, je nach Wetter und solchen Parametern wie Wochentag und so weiter und so fort, wie viel von welchem Artikel wird denn verkauft? Warum nicht? Könnten wir in so ein neuronales Netz hineinfüttern und lernen? Oder, was ich gerne hätte, bei mir an der Schule ist immer das Problem, draußen schneit's und dann tröpfeln die Schüler rein, so der eine um 7.59 Uhr, der nächste um 8.05 Uhr, der übernächste um 8.15 Uhr. Jetzt wollen die Schüler natürlich nicht alle früher aufstehen als nötig. Also könnte man ja ein neuronales Netz so trainieren, dass man die Weckerzeit und die Ankunft in der Schule mit dem Wetter korreliert wieder und den Straßenverhältnissen, Wochentag, sodass der Wecker nicht früher klingelt als unbedingt nötig und die Schüler trotzdem um 8.00 Uhr im Klassenzimmer sind. Wäre vielleicht eine interessante Aufgabe, je nach Strecke und so weiter. Genau. Und selbstverständlich, wenn man hier an sowas denkt wie die Veranstaltung, wo wir gerade sind, auch da könnte man sich natürlich überlegen, je nach Umweltbedingungen, wie viel Mate brauchen wir, bei welcher Musik und bei welchem Thema in der intergalaktischen Erfahrungsreise. Könnte man ja auch versuchen, mit der Zeit zu lernen. und deshalb versuche ich noch mal zu den Bogen zu schlagen, zurück zu sagen, okay, wir brauchen irgendwelche Daten, wir müssen uns überlegen, wo kriegen wir die Daten her, soll ich bei meiner Bäckerei einfach mal fragen, können die nicht jeden Tag in ihrem Computer notieren, wie viele Brezeln haben sie verkauft und wie viele Rosinenbrötchen und wie viele Kuchenstücke und das Wetter dazu erfassen. Dann behaupte ich, die Nutzung von diesen maschinellen Lernwerkzeugen ist gar nicht so schwierig und eigentlich, denke ich, müssen wir alle Erfahrungen sammeln, ausprobieren, was geht und was nicht geht, genauso wie wir ja auch Erfahrungen gesammelt haben bei der Softwareentwicklung mit irgendwelchen Patterns oder irgendwelchen Dingen, wie teile ich mein Programm gut ein, was funktioniert gut und was nicht, wie schreibe ich gute Software und genauso, denke ich, müssen wir das auch machen bei dem maschinellen Lernen und mein Appell tatsächlich an die Betriebe, um da nochmal zurückzugehen und natürlich auch an euch ist, keine Manschetten zu haben, sondern das einfach mal auszuprobieren, es ist gar nicht so schwierig, wie es vielleicht scheint. Und jetzt würde ich gerne wissen von euch, vielleicht ist ja jemand da, der mit KI erfahren ist, maschinelles Lernen erfahren ist, seht ihr das genauso oder war das jetzt alles Bullshit? Bitteschön. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Vorschläge? Also das eine ist ja jetzt erstmal nur damit zu spielen, aber das andere ist, wenn die halt tatsächlich eingesetzt werden, was werden denn jetzt noch so interessante Strategien, also bei den Zahlen zum Beispiel könnte ich ja drei oder vier parallel laufen lassen und jedes Mal, wenn ich merke, dass die vier unterschiedlicher Meinung sind, einen Menschen dran lassen, um mal zu gucken, okay, wie problematisch ist da eine falsche Entscheidung, aber so ein Predictive Maintenance ist dann zum Beispiel, wo es ja auch darum geht, die Wartung zu vermindern und sozusagen das Letzte aus der Maschine rauszukitzeln. Ich weiß nicht, bei welchen Maschinen ich das haben möchte, beim Zugverkehr wahrscheinlich weniger. Eine Maschine, die irgendwo rumsteht, wo keiner drum rumläuft, wenn das Messer dann durch die Gegend fliegt, weil es abbricht oder so, dann ist halt irgendwo in der Wand stecken geblieben, aber kein Mensch gefährdet oder so. Wie kann man sozusagen dann auch gleich benutzen so Sicherheitskonzepte, wie kann man die miteinander verschalten, die Dinger? Also da kann ich jetzt ein Stück weit, wir haben ja tatsächlich einen Betrieb, der solche Schüler schickt, die so Daten- und Prozessanalyse betreiben und das ist die SKF in Schweinfurt, die Kugellager bauen und die haben natürlich ein Thema damit, dass zum Beispiel ein Windrad mit einem SKF-Kugellager bedient wird und dann wollen die einfach wissen, wie lange hält dieses Kugellager, bevor man es austauschen muss, damit niemand das Windrad auf dem Kopf fällt. Und die haben zum Beispiel dann große Teststände und die sammeln in den großen Testständen dann, soweit ich weiß, petaweitweise Test-Messdaten und füttern die dann in ihre neuronalen Netze hinein. Also das ist natürlich immer die Frage, ob man das im laufenden Betrieb machen kann oder nicht und das ist sicherlich ein wichtiger Einwand, den du da bringst, was weiß ich, bei einem Zug, wenn man da sagt, wir setzen die Wartung aus und warten einfach so lange, bis die Dinger kaputt gehen, muss man halt wissen, ob das einfach nur eine Tür ist, die man dann nicht mehr aufkriegt oder ob das ein Fahrgestell ist und dann sitzen nachher die Fahrgäste im Schotterbett mit gebrochenen Knochen. Aber da weiß ich keine spezielle Strategie in dem Sinn. Was vielleicht noch wichtig ist, mit das teuerste oder aufwendigste an diesen Lernprozessen ist dieses Labeln, dass wir hier zum Beispiel diese 10.000 Ziffern haben und dann muss sich jemand hinsetzen und alle 10.000 Ziffern zuordnen, ist das jetzt eine 1 oder eine 3 oder eine 5 und da erfährt man manchmal interessante Strategien. Ich will nicht zu lang ausführen, wenn noch eine Frage ist, sonst würde ich einfach noch kurz erzählen, genau, es gibt ja mittlerweile diese Sprachmodelle, wo die also Unmengen von Texten in so ein neuronales Netz hineinfüttern, dann soll das auf einmal Sprache lernen und Texte erzeugen und das funktioniert überraschend gut, erschreckend gut vielleicht auch inzwischen. Wir haben die wir haben ihre Daten gelabelt, die haben einfach Unmengen von Text genommen, zum Beispiel aus der Wikipedia oder aus irgendwelchen Zeitungen oder so etwas und haben in jedem in jedem Absatz ein Wort weggelassen und dann sollte das neuronale Netz erraten, was ist das fehlende Wort und auf einmal hatte man gelabelte Daten, ja, wir haben ja den Text, wir schneiden einfach aus dem Text ein Wort raus, ein zufälliges und dann kann das neuronale Netz versuchen, dieses Wort zu erraten und auf die Art und Weise habe ich auf einmal Unmengen von Trainingsdaten, die ich nicht selber labeln muss und das sind so Techniken, wo die immer dran suchen, möglichst viele Trainingsdaten zu bekommen. Gut. Weitere Fragen? Keine Fragen mehr? Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere sozusagen sich das mal zum Anlass nimmt und sagt, okay, habe ich bisher noch nie gemacht, neuronales Netz, trainiert und ausprobiert, aber es ist gar nicht so schlimm, wie es vielleicht ausschaut. Okay, schönen Tag noch.